Hallöchen und herzlich Willkommen zu die Siedler Online Sommer Event 2018 mit einem täglichen Video vielleicht mal ein täglich wenn ich es hinbekomme. Ja wir haben eine neue Quest, die können wir gleich mir kriegen erstmal was das Türchen heute so schönes Preis gibt. Alle Schokohasen. Der Schokohasen ist glaube ich für das Raviziten- oder Proviantlager. Dann brusiert es ein bisschen schneller. So welche Quests haben wir denn heute? Eine Parade. Ja hier Pferde kannst du da haben. Ein deftiges Menü. Die Ortox kommen sehr gut an. Vielleicht können wir das Menü erweitern. Stuhlen klingen nach einer guten Idee. Zeig den Korken wie sie zubereitet werden. Produzieren mindestens 1500 deftige Stuhlen. Folgendes. Also ich habe überhaupt kein Problem damit Buffs herzustellen, die ich auch benutze. Ich glaube deftige Stuhlen benutze ich nicht. Ich guck mal nach wieviel deftige Stuhlen ich hier in meinem... Oh 25. Ja genau so viel werden es nachher auch sein. Ich werde die Quests jetzt nicht abbrechen. Nein ich spiele die ja für euch. Wie ihr seht habe ich hier oben ein klein bisschen viel Edelsteine übrig. Deswegen mache ich das was man nicht machen sollte. Also... Also was heißt nicht machen sollte? Ich mache das einfach mal. Für euch. Allein weil die deftigen Stuhlen ich... Die Ressourcen sind mir egal ob es dauert über 24 Stunden. Und ich will auch heute dieses Video ausbringen. So Moment ist ein Ortox nicht. Eigentlich auch eine Stulle. Dann lassen wir das mal lieber. Na danke. Also wie gesagt macht es nur Notfalls. Die Ressourcen sind nicht so teuer. Aber ich brauche halt diese Buffs nicht. Und die Ding halt dann bloß rum. Musik ist ein bisschen laut ne. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder. Wir machen wieder folgendes. Wir sammeln wieder ein. Die Entdeckerarmee, ein Teil davon ist wieder da. Hier gibt es übrigens keine Bananen. Keine rote Farbe. Nichts. Hier gibt es immer nur Helme, Gras und diese Dings da. Die Pol... 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 Polsterungen. Die Polsterungen. Meine Fresse. Polster. Polster finde ich besser. Ich werde bei Polsterungen. Na alles Polster Junge. Dum dum dum. Dum dum dum. Weg damit. Weg damit. So. Nachdem wir das haben. Guckt mal ganz kurz ins Sternmenü. Ob ich nicht irgendwo was vergessen habe. Den Deck habe ich schon wieder losgeschickt. Alles hier vorbereitet. Dieses Video geht wirklich schnell. Wie ihr seht. Bums. Ähm. Nein. Nichts. Gut. Dann wieder den täglichen Durchblick. Kurzes Datum vorhin nochmal hier. Wir sind jetzt hier am... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Am neunten. Neunten Spieltag hier. Und am neunten Spieltag hier habe ich... 2449 Fußbälle. Aber wann gibt es die Entdeckerinnen? Die werde ich mal fehlen. Ah. Also entschuldigt. Den muss ich mir dann nachher... Ich kann mir immer nur einkaufen. Einen dann verkaufen. Was sind das hier? Steinharter. Weiß ich noch nicht. Im Bestand kriege ich glaube, wenn ich das Ding hier durchspiele. Und Bolzplatz habe ich auch schon einen. Also das da ist sicher. Das hole ich mir. Das Kloster habe ich gesehen. Da habe ich abgeschnitten. Gildensche Abstimmung werde ich mir da holen. Also der da ist auf jeden Fall sicher. Ich brauche den für meine Entdeckerarmee. Ich nenne die so. Ich kann nichts dafür. Okay. Das war es auch schon. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das. Däumchen da lassen. Channel abonnieren. Die Glocke klicken. Kommentar schreiben. Unsere Twitter folgen. Mal in den Livestreams reinschauen. Na? Na? Schon was vor? Tut es. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.